ja wir haben trotzdem mal auf oder soll es jetzt aufnehmen ja und ich nehme jetzt auf also aus der britensicht und viele nehmen preußensicht auf ja wieder mir nach hallo nvb hallo wer spricht da ich hab's gewusst ja und ich steu unter euch beide ach das schütt mich nicht links unten was kein gegner für mich ok du bist doch ein gegner für mich aber kann links um anlegen ich bin hier genau feuer feuer das wir haben hier nimmt man meine muskete dies noch nachgeladen habt ich glaube die haben nur mit mit besten nein schützen ja und die haben tun hier als schütze ja hilo game king aber ja wir haben wir haben nur kavaleristen kann ich das 2 also zu nur dr 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 der mich auch bisher nicht verdient da habe ich nämlich ein schwert zum schi äh zum nacken niemand nimmt das aus der reine verantworten und dann nehmen wir es auf den Zug krieg ich dann ein schwert gegen vier euch mit sich der hat auf mich erledigt das genau gesehen könnte fast drüber diskriminieren ja aber das war aber nur nach der einfach stehen bleiben und war ein bisschen ab und gerade zu meiner position vor aufrücken dann anlegen der preis war erwartet mit dem zu so ein bisschen alles die wir sieben die die hier wir brauchen die gut es ist doch hier das ist erlaubt es ist erlaubt fertig das war nicht im charge ja sie haben sich da einfach sind in der aufgestellten geschlüsselt das jetzt nicht als formation ja wird richtig hoch ich habe mir einen Pilo Pass auf Agito kann gut unten in Slay spammen das war's Pass auf Pilo ist nicht so gut das hat man ein bisschen ab und er kann nur antäuschen wenn die zählen kann es auch zu nehmen wo ich hier ziehe das mal rein wo ich finde sie nach kann man erkennt sich in diesem Fall aufgrund von Zettel heute ist er Am Anfang war es nur Beule, dann was sehr Beule, jetzt ist es ein Imperator-Beule. Woher wollt ihr mehr? Der will jetzt Harris noch dazu bekommen. Boah, dann werden wir Harris kriegen, wir wollen Harris. Schreib, wir wollen Harris. Ah, wisst ihr. Du hast aber nur Harris geschrieben. Über Enttäuschung. Halt, Ballerbude. Ich meine, ich darf das schon auf die Fresse bekommen, sag ich's euch. Okay, wenn's sein muss. Enttäuschung. Liehn dir Rest von mir, dann haben wir gern Feuer. Ja, okay. Haben wir ein freies Feuer? Die können irgendwie besser schützen als sie. Ja, die haben die besten Schützen. Schießt einfach nicht wo rein hält. Ja, dir warst du nicht. Tätigings erschossen. Oder was der Rupert Tätigings erschossen hat. Okay, klar. Tätigings. Tätigings. Schöne, frei, 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 frei. Die sind von der Zeit. Ich komm mal zu Recht. Okay, klar. Nein! Ge Softspawned. Ne, man, wir bekommen das Tower. Wir haben das Tower-Wave bekommen. Ach so. Dann müssen wir trotzdem weg. Ich krieg keine Einzelne Hilfe. Ne, die nehmen wir nach. Der schon bei uns unten. Was ist? Haben wir bekommen, oder? Nein, der ist sehr ruhig. Er wurde, glaube ich, eben dem Regiment. Dann herzlich willkommen bei uns. Danke. Freut euch alle, freut euch sehr. Wir haben ein Ziel ruhig. Das macht uns happy. Dann soll sie auch. Meine Wortspiele sind so schlicht. Ja. Danke. Keine Ursache. Ich bin sicher, ich gucke zu viele Lesplates von Sarata. Fappt ab. Was? So fett bin ich doch gar nicht. Linie links. Jetzt. Dann dürfte anlegen. Ja, natürlich. Aber. Alter, komm schon, Mann, das ist doch scheiße. Ich bin mir schlicht. Ach, ich bin schlicht. Ja, das war ein debris-flug. Ich bin schlicht. Ja, ich bin schlicht. Du solltest mal die Jaapang-Flage wegmachen. Ich bin ganz eventuell. Ich bin sicher. Nämlich. Nadel und die sießen jetzt zusammen, aber irgendwie gewinnen wir dann am Ende trotzdem, weil sie dann immer Angst bekommen und dann Scham sind. Wollte man nicht mal aufrücken? Jaja, ich muss ja mal warten bis hier eure Rippe auf und dann kann ich mich ganz schön nebenstellen. Nein, Tung Deel ist weg. Jetzt bekommen sie wieder Angst und dann kommen sie. Verhast eure Entus jetzt mal lieber drin, wenn ihr... ...dachtest. Ausrüsten. Aber wir können jetzt nochmal locker... Na ok, jetzt nicht mehr. Teuer. Nein, zwei. Schatz. Dürfen wir jetzt chargen? Ja, dann. Zwei Leute. Die haben kein Glück mehr. Ich denke jetzt nach der andere Woche. Lock ihn mal. Ach so, nur Maxi und Bolea, den. Mach den schnell. Was auch, der war gar nicht tot. Bin mir sicher, das war ein gutes Teamplay von mir und... Ich bin sehr ruhig. Der ruhig? Wie sieht das richtig aus? Ja, ist okay. Ich will nicht so das sagen, aber das fällt kein Entrum. Ich will nicht wieder vorne laufen, da wird man nur weggeähmt. Trotzdem, Tung Deel und Hannes vor das kein Teamplay. Ich stell mich in die Mitte davor, der geht ersticht wie... ... äh... Berater Wolle sticht mich ab und dann kommt er von ihnen in den Schichten tot. Doch, das ist vom Feind. Du hast... Ja, natürlich immer. Oh, da sind die Leute. Oh, da sind die Leute. Okay, Jungs, wir haben ein Problem. Nein, nein, meine Nase. Das geht weg, ich will mich da neben dem Stiller und Eben schießen. Also, ja, das bekommt. Wie gesagt, dieses Nahdatz. Komm ich mich auch. Komm, ist mit der Trieger, mal so richtig... Action-Came. La ma, ich weiß, es liegt in der Konkultur, die Schatten wird kommen. Zeitalter Zweit, aber egal, das Schatz auf den Britons. der Röhrchen der Röhrchen der Gälder Taktik hier so voll ausreicht und breit von der Seite und stechen sie einfach nur ab okay ich habe ein Eimer hier ist ein weiterer Schleiferschein das war's in der Garni festen Schützen Leiter Tumjö Gremking er wird zu mir aus wir sind auf wo man sich später war und hier da kann man sich gar nicht sagen Hör auf zu blicken schüfft sich zurück vor mir einfach eine Linie egal wer wo steht aber was kommt kommt denn sie will auf der Spitze schon gerade Elton und lassen wir verstehen ich habe keine Ahnung warum jetzt gar nicht der Herrlaufen aber ich kann auch noch nicht aufstellen bisher wurde ich beleuchtet vorläuft so läuft die Uhr so hat mir nach die Steine machen Ja! Ach, geht's einfach hier in die Linie irgendwo. Ja, voll panisch. Super, lauf schon mal los. Wir sind einfach hinter irgendeinem Herd, der gerade gesagt was hinterherlaufen soll. Ja, hinter Scully. Und kaum eine Minute später, schneller zu fahren. Wir sind hier links von mir. Komm wieder. Wir sind hier gehalten. Päußische Wand ist ja erlaubt, ne? Natürlich, warum nicht? Link, Päußische Wand. Und Vorrücken. Ja, weh, At accomfer nicht auf den Nacken ships. Deze... de Pierce. museum. Oh man... Du musst so eine dramatische Musik in dringende量. Du-du-du-du-du. Da, na, nicht прис 생각을ier mich. Was das denn? Wo steht denn Ihr? Ich bin da gerade mal auf. Die laufen da ja weg. Komm schon jetzt schnell schnell sein. ein und ein schönes Bild und der abschließt und wir werden von mir noch angelegt oder aus der Branche ließen weil ich weiß was die schießen einfach er war die erste wenn bei dem Wert geht der Autorität okay wir sind für bei den Kopf jetzt ist so oder so da ein der 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 so ist er und der die 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 andere aber auch nicht die musik die 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 doch kommt schon er noch zwei weiter kein gelieb genau das ist beim Boeing ha boi er vor rö boi jo Linie links von der Anlegerinrichtlinie hat geklappt welcher ist die Säge durch die Stürmer auf dem Meer das Klammer macht was wenn man leistet die Zürich wir haben auch sein schafft er noch ein Kurs auch die Lieblings die Städte zu gehen und er ist leicht zu vertreten einleitend ich meine einleitend das ist wichtig auch kreis die Anrufe wenn die Anerkennung der Ehe läuft und immerhin daraufhin wird versucht wie abzuhängen aber ich bin immer noch ein paar dir Ne, sehr ruhig, stell dich nicht zwischen mir den Spellpfeffer, das kann nicht gut enden, glaubst mir Spellpfeffer schießt immer den Neulänger Ja, nein, ich schieße immer den Spellpfeffer Ja, sind sie Linierachstum Irgendweil, wir haben eine Anleger Na ja Wo hast du denn gezielt? Boah, Tungel ist weg Punkt, Punkt auf den Kopf Kannst du einfach irgendwo hinziehen? Oh, da, da Anlegen Halt, halt Hat doch gar nicht nachgeladen hier, ey Na, toll, ich bin tot Die muss doch mit dem Spellpfeffer Die muss doch mit dem Spellpfeffer Die muss doch mit dem Spellpfeffer Alter, wie ist das? Ja, ja, freu Immer entscheide ich ihn schon mal aus, weil er ist natürlich Oh, fuck, alle da neben mir verläuft mir Oh, okay Doch, das ist mir jetzt zu blöd, ihr dummen Säcke, Alter Geht mir total auf die Eier, jetzt komm ich zu euch Na gut Nimm, lass dir in Nimm nächste Runde Nimm nächste Runde, lass dir Ja Guck mal, ich hab Harris dazu gebracht, zu uns zu kommen Weil ich ineinander was schieße Na, dann geh ich noch hin drüber Oh, Harris Oh Immer wenn ich neben Pilo fast stehe, werde ich abgeschossen Was soll das denn? Oh, such dir, geh du auch rüber Bei dir hat er genau das gleiche Das ist zu gefährlich im Nahkampf, Harris Was ist bei mir? Wir müssen dich im Fernkampf einschalten Du wirst doch Warum soll ich hier rüber gehen, jetzt sind wir doch mit dem Balanced Eigentlich nicht So sicher Und doch, Skully drüber Jetzt, jetzt ist Gully zu mir Ja, ich mein, 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 das hat sich verabschiedet Och, warum ist denn jetzt mein Hausnäger drüben, was soll das? Ja, weil du weggehauen musst Wer ist dein Hausnäger noch gleich, warte Irgendwann wird schon ganz ungeduldigt Irgendwann Da liest du ein Hausnäger? Bist du es? Ja, wir knieten da bitte Nein, nein, nein Ist das so ein Munitionärs oder HR-Rand? Das war nur der Lümmel, der die ganze Zeit ziemlich aufgeregt war Aber das war's dann auch Aber er hat auch mal eine kurze Zeit in den Hausnäger gespielt, mir da ziemlich sicher Ne, ne, da wüsste ich aber was von Synchron sterben im FDW Hohohoho Schön Ich glaub, äh Die nächsten Runden müssen wir mal ein bisschen offensiver vorgehen, wa? Weil das Schussgeld, das verlieren wir Ihr habt ihr es gemerkt? Ja, ich bin hierhergekommen, um Reformen zu bringen Wer ist denn der höchste von uns? Ähm, so gesehen von der Inferner Spell für Waber Ja, warte Das ist doof, also ich würd sagen, äh Äh, okay, ja, ein Teil von mir Der Reiter von mir Also, es ist so Bis jetzt ist das immer so gewesen, dass Irgendwie Man die zu einem schießen, was An den Fakt haben wir dann doch irgendwie Mehr getötet Also, in der ersten Salbe haben sie immer gewonnen Aber dann haben wir irgendwie So lange seien wir mehr von ihnen abgezogen Und irgendwann haben sie dann Angst bekommen Und dann haben wir uns gezahst Anlegen Feuer Weiter so, jetzt sind es nur noch drei, ihr könnt das schaffen, Leute Aber wir können es Hat nur Gang King, äh, Maxl und Johnny Wer steht wo? Ist der Gang King abschießen Gang King kann nichts, der kann nur sießen Gang King steht links Geht für das Charter, würd ich sagen Nein, trotzdem Na, ein, 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 noch Egal, das ist ein Gang King, Maxl Der Link ist von äußerst gesehen, dass ist Gang King Wir haben Spell für Waber okay Das haben wir schon verloren Das ist schwer für Waber Warte dann auch nicht schießen, ne? Warte dann auch nicht schießen, ne? Bleib da einfach als Linie Seh du auf den rechten, ich ziel auf den linken Also es passt nicht, wenn ihr den Zuss, äh, mit der Musketin ist zu viel, äh, rumbewegt Sondern am besten warte dann bis einer reinlacht Weil jetzt bist du gerade von rechts Okay Also für Argo kommt da gleich die Meldung bestimmt Ähm, ähm, nix schießen im Charge Starkpuffer, du musst dann bisschen offensiver spielen, weil du spielst immer, äh, die Block Die Blocks zwar gut, aber die Blocks zu viel Ja, keine Ahnung, wenn ich denn versuche zu schlagen, dann bin ich selber Am besten du gehst sofort mit dem Schlag rein, Blocks dann aber, weil, äh, keine Ahnung, wann, auf jeden Fall nimmst du nix drunter Das ist die first Da steht gleich den Kuntred drunter Äh, an Äh, nur ist ne geile Mehrpro Ja, ja Demnächst wurde dann noch drin Perfett war Ja, oh Ja, oh Nosey Nicht hier wieder so ein Außenseiter Du hast zwei Blackwatch Ich bin auch ein Außenseiter Ja, gleich verfahren Ja Habe ich's für Habe ich's für unter Du Fang nicht Kontos zwar nicht, aber Was ich soll euch anführen Keine Ahnung Fang nicht Die liegen hier im Laufen hinter mir Also Oh, warte Also bei uns sind immer noch zwei Blackwatch Ja Nur weil wir cool sind Ach, da sind wir hier einer von uns nicht da Boah Äh, bester Mann ist weg Hust, hust Ja Das können's alle sein Durch die Hahahaha Weißt du, was hab ich denn jetzt damit zu tun? Hallo Umstellen gegen den guten Japsenbanner Krügelkreis Krügelkreis Komm, alle um den guten Stellen Ja, alle oben blocken und um ihn rumstellen Und alle auf ihn drehen Und alle auf ihn drehen Alle auf ihn head back Das ergibt er jetzt ja nur den Preis Hahaha Nein head back Nein head back Nein head back Ich hab dich auf ihn steh'n Hehehe Hahahaha Hahaha Hahaha Gut Vorwärts marsch mir nach Hahaha Ich ja, Uwe Aber du schießt dich hinter mir, oder? ich nehme ich gerade irgendwie so sicher das ist ja jetzt hier mit dem ball warum lauft ihr mir hinter linie rechts von mir jetzt dann sofort anlegen und schieß das ist leichter Infanträger wir dürfen uns ja eigentlich hinknien wir sind leichter hinfört die Tränen nie jemanden tot ihr werdet sofort bestraft haben kein Feuer nehme ich an ja ja die wundern sich jetzt warum wir so gut trafen ja warum hat doch die schon ein Death weil ich eben geteamkilled wurde jetzt behaltet euch den Schiff wir stehen hier ganz schön weiter und laden los Reißfeuer abbrechen Schüsse nachladen Charge jetzt Mannheim wollen wir können nichts doch hat die Doppelgermeister im Umfeld wenn die Doppelgermeister erst mal gewünscht haben das egal lachen wir nicht mehr das ist doch egal abgabend der Verrecker gerade Prozent hatte ich schaue schön wir sind die Aue ist nicht verrägert auch mal gekriegt gerade in ihrem Laufenden abzusetzen sich zunächst noch mal den Tränen tut es mal leidet ihr mehr ruhig bis zu jedem Schöne er ist doch er ist nur sehr schüchtern und wieso war und jetzt fangen wir nicht mit französisch an wieso wieso hast du das jachsen war aber ich habe das eigentlich umgestellt aber dann habe ich aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt und dann dachte ich hätte es geändert aber war dann nicht so okay das ist natürlich blöd gelaufen das kann sehr böse enden was wir hier gerade machen das soll böse und so geht damit du als erstes erschossen wird das alte Ende war sowieso bei dem Leinbett irgendwann Harris führt uns wir laufen alle unsere und wir sind die Einige an der nach links läuft wir finden die ganze Gegner vor wir sind in einem Wald über die Gegner glaubt die ich Koffe nennen oder nein die Annale ich hab gerade Ping-Schwankungen das soll das die Annale da unten sind die Annale als laufen da den könnten wir erst mit einem Tag auf den Schiss und wehtun ja ja Linie rechts von mir jetzt gib die Naht von vorne anlegen Feuer das war ein schönes Alter trifft auch noch boi yo ich hab von den Ghost Decke der ist Ghost der ist Ghost Max Max oh Max wieso hat er sich unbindert mein Gott ist der Gay Alter wir haben da ein Feuer okay mach Feuer er hat sich unbindern anlegen er ist ein Geist also musst du dich nicht zu allem Geist machen wo hast du denn jetzt hier her ist äh auf dem Kopf glaube ich ja also da weil wir jetzt ein bisschen höher sind eigentlich die müssen eigentlich aufrücken da die Lümmel ne anlegen ach aber ich bin nicht ganz fähig warte 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 jetzt Feuer schön sucht die wir wollen wir treffen und glaubt Alter was für Seiden wir hier abgeben boah wie viel Kind die einfach nur fast alle gleichzeitig nachladen anlegen warte warte Feuer sehr sehr schön Alter was Seiden wir hier abgeben es sind auch läuft ins haha ja aber die Salven und wie wir einfach alle fast gleichzeitig nachladen anlegen Feuer nein ich hab nichts gemacht oh der Ripper nur weil ich der mit dem Team kill bin ich hab da nicht liegen ja in der Röder ich habe gedacht kann ich auch was in der Schuss aufsparen links um die Proffekt Marsch was gehört ist denn ich werde trotzdem 5 zu 1 denn die Römer noch verkürtet können wirklich aber und wobei ich gehe groß dann er hat alle vorgibt wer ist gut aber und es ist gut so schnell kann man einen wiederholen er überholen und er ist als erstes kreuzische Faust zu beiden Seiten jetzt ich habe sie mir die ganze Zeit da ist ja nur noch einer er hat mich nur noch sie geliebt er ist böse ihr müsst ihn kaputt machen er ist tot Dinkel die Leichter war mein Kind das ist noch einer und er hat wohl sehr schön vor Ort und er hat 5 Kilo aber naja bei uns ist Marmarsch vorhanden nach der Karte in den letzten Jahren schön dass du mal wieder vor mir bist und wenn wir jetzt sind aber hier das mit den anderen Ritten auf der Aufnahme und der Blätter und Schleifel was ist mit Freude was ist noch was ganz anderes auf der Aufnahme Oh je, was denn? Was hast du denn schon wieder gemacht? Katze Imago hat wieder zugeschlafen. What the fuck is that denn? Na, irgendwie so fragst du. Der Mythos ist entstanden. Unter einem der letzten Line Battle oder sowas, die er hochgeladen hat, haben ihn, keine Ahnung, wie viele Leute danach gefragt, ob er eine Katze hat, weil man am Ende des Videos so ein Miauen gehört hat. Und das war ich. Du, ein Böhn, Katze. Hatte ne Katze. Ja, wirklich, so voll viele haben drunter geschrieben, hast du ne Katze und so. Ja, die gucken auch so weiter. Die haben auch den Vogel geschossen. Ich springe jetzt zu beiden Seiten, jetzt. Na, bei mir müsste da keine Angst haben. Ich bin so, genauso großartig noch keine Kommentare krieg. Feuer. Wie wir alle unter die Füße geschossen haben. Was für Nutten sind das denn? Was machen die da? Franzosen-Taktik. Ich fühlte mich schon wieder auf, wenn wir so irgendwas treffen uns. Na, Franzosen-Taktik wäre, wenn sie ihn drückt. Wenn sie wegrennen würden. Anlegen. Feuer. Schieeeel. Die treffen doch eh nix. Mich hat nix getroffen. Handlegen. Feuer. Wir sind leichter hin von Treffen nicht, das ist traurig. Das ist nicht traurig. Das ist nicht traurig. Nein, das ist die ganze Wahrheit. Alter. Die zerficken wir uns. Ich wollte ganz mit Hilfe auslachen. Dann wurde ich wieder getroffen. Ja, dann wurde das auch getroffen, ne? Feuer. Alter. Hab ich nachschließen? Warte, das hieß man ein bisschen höher. Ja, ja. Mal ein paar, wie ich mit dem Kopf oder so. Scheiß, Alter. Jetzt müsste ich aber eigentlich einen töten. Sehr gut. Was ist denn jetzt hier auf die? Ungefähr knapp über den Kopf. Also eigentlich auf den Kopf. Nach diesem Ründchen gebe ich hier Tom wieder die Verantwortung, weil ich dann kurz weg muss. Verhaltet ihr nicht? Doch, ich muss. Ach toll. Spellpfeffer, was du da machst, ist übrigens verboten. Oh. Was ist der? Spellpfeffer, weil ich hab gewusst, er ist das böse. Spellpfeffer, dieses sich seitlich hindrehen, das darf man nicht, ist verboten. Haben die bei unserem Line-Pfeffer auch gemacht? Das ist ganz, ganz böse Spellpfeffer. Ist der von nur mit blauer Uniform? Eigentlich ist das verboten. Ein böser Buche bist du. Oh, ne. Bitte kein Headglitschen. Sehe ich das richtig, was wir da machen? Schuss abbrechen jetzt. Wir ziehen uns hinter den Berg zurück. Roberts Marsch. Ja, vorwärts. Was die können, das können wir schon lange. Ja, klar. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Wollen. Aha. Mir ist tot. Seitdem ist er tot. Halt. Können wir hier jetzt rüber snipen? Ja, können wir noch ein bisschen zurück auf meine Position hier. Hier neben mir an den Bühnen. Also ich sehe nichts. Jetzt stehen wir hier. Stell dich dann rechts von mir auf. Könnt ihr was sehen. Oh, ha, ha, ha. Fellpfeffer und, äh, hier. Können wir auch mal rechts aufstellen? Ich sehe die. Stell dich rechts von mir hin. Na gut, dann. Okay, die Headglitschen. Sind wir frei, das Feuer? Anlegen. Feuer. So. Den nächsten Schuss aufsparen. Die kommen jetzt hier gleich. Aber ich stehe links, da ich mich noch jetzt noch in rechts von jenen stillen. Er ist, ich glaube, ich, du und, ähm, halt, wir, rechts um, Hand legt, Feuer. Nein. Oh, Gott, so viel zu wem. Hier meine Musik geht, die ist nachgeladen. Oh Gott, können wir schaden. Nein, wir haben ja noch einen Erdruck. Ja, wir werden jetzt schon mal, wir haben auch, wir haben hier hier Ripe Ripper. Das hat mich aus meiner Ecke gestiegen. Oh, was ist das auf jeden Fall? Oh, ich auch nicht noch. Du bist nur zu... Nein. Jetzt hast du den. Oh Gott. Oh mein Gott. Sorry. Los, Spellpfeffer. das ist nur Pilo Kanzler kann ich denn bei Ihnen Spann bis überhaupt was das ist aber egal wie bei Ihnen in der Europäischen Union in die Nase natürlich Blokken meinten sich ein Lohr Prozent und es ist immer fast schon mal ist jetzt so durchgeber kurz Prozent wenn die aber nicht mehr als der Hauptsache weiter weiß überhaupt wer was und die Kreis das ist dieses wenn man gegensteht oder so ein Engel abglocken ja man hat mit einem Schlag gleich geflogen der Bokken das ist immer das kann man trainieren das kann man auch und ist ein echt mit dem Beirat ist das was wir mit wenn das ist wenn das ist dann stufst mich mal an klar aber jetzt ging er an und soll nur noch ein Schumsen LWR links von mir und dann werden nur mit dem links ganz im Ernst Feuer aber wenn er so wird war und heute gemacht ja das war bei der nächste Runde von beiden Reisen bei allen doch neben von mir aus Weißweier mann im Vorjahr kommt in Wien nachgeladen muss geht man später auch ganz gut das kann zu tun abschießen und geht den Mann war abgeraten das ist immer schlecht genau genau so ist es so schön Elton ist Körner Kavallerie nehmen wir sind doch alle kann alles wir können Nein, ich bin kein Kavalerist Ich bin kein Kavalerist Keiner will eigentlich Nee, wir sind ein Kavalerist Kavalerist, Seeruig ist kein Kavalerist Ich bin kein Kavalerist Ich bin kein Kavalerist Ich bin kein Kavalerist Ich bin kein Kavalerist Bei Kavaleristen, das reicht schon Knall Widerfungslos Knalltsjob Ich bin voll die Gegend zu sehen Nein, warum Oh, ich hab's gewusst, dass ich den Zuckers-Berlin-Borch-Posite töte. Ich lebe noch. Der ist auf der linken Seite von euch aus. Der hat mich geknallt. Ja, dann zerfallen die von den Pfannen. Bam, meint er. Alle auf den ganz linken Mann zählen. Bam. Quap! Da sind Schiffs drin. Halt euch mal irgendwie linienartig. Ey, ihr seid so ne komische... Ich dürfte schießen, wenn ihr wollt, aber... Oh. Nein. Erst wenn jeder getrunken ist. Also jetzt schießt, jetzt schießt. Ja, aber jetzt tönt sich auf die. Hehehehe. Mal gucken, ob ich Schermbann hinkriege. Verkackt dabei immer. Das finde ich ganz normal. So. No, das wird hart. Komm, Argo. Das ist dann die hart. Das sind Teddy Gangster, glaube ich. Ja, richtig. Und der andere, keine Ahnung. Auch Tunggill. Ah, komm, der Tunggill einfach drauflaufen. Nein. Nein, nein. Gar nicht mehr. Du musst einfach zusehen bei dem. Der Tunggill. Soll noch was zu gehen. Okay. Ach so, nenne ich dir? Nein. Oh, komm schon, Mann. Hm. Puh. 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 Kau. Puh. guten Tag fahrt auf den Rippo a er hat viel Spaß gemacht in eure Truppe werden nach dem Vorwort meine letzten Worte sind natürlich nicht und so ich bin ein weiteres wurde doch viel verdanken dass du mit mir da ein Video gemacht hast hat doch wieder richtig Bock gemacht mit eurem Regiment hier und um ja dann würde ich sagen 3 2 1 Feuer ok wunderbar